Das Bläs-Missionswerk heisst Sie willkommen zurück zu unserem Leseabenteuer. Geniessen Sie das nächste Kapitel von Pater Gerion Goldmanns Autobiografie «Tödliche Schatten – Trössendes Licht». Da alle Aussagen eidesstattlich gegeben worden waren, gab mir der Richter unumwunden zu verstehen, dass es um Kopf und Kragen gehe. Ich stritt natürlich all diese Aussagen ab, aber das machte offensichtlich angesichts der Fülle der Anklagen keinerlei Eindruck. Dass ich mich manchmal tatsächlich kritisch über die Behandlung durch die Franzosen, beileibe nicht aller, geäussert hatte und dies vor den Deutschen, vor denen ich mich sicher glaubte, erschwerte meine Lage zusätzlich. Wenn ich sagte, dass es meine Pflicht gewesen sei, meine Landsleute vor schlimmen Übergriffen zu schützen, so hiess es, dies sei eben der Beweis, dass ich innerlich ein Erznazi sei. Ich wurde wieder in meine Zelle gebracht. Da die Richter sahen, in welch schlechter gesundheitlicher Verfassung ich war, sandten sie einen Arzt zu mir. Der war es, der den Garnissonsgeistlichen von Meknes, den guten Franziskanerpater Bonaventur Ormontier benachrichtigt hatte. Am nächsten Morgen hörte ich wieder das mir schon bekannte Fluchen mit dem beliebtesten Soldatenwort. Der Pater schrie die Wachen an, die doch auch diesmal ganz unschuldig waren. Nach seinen Worten waren sie die widerlichsten Burschen der Weltsgeschichte. Dann riss er die Tür auf, stand vor mir und schrie, Scheisse, wie kommst denn du schon wieder in dieses Loch? Ich hatte mich bei manchen Reisen zu den verschiedenen Kommandos, auch in Meknes, bei ihm immer wie zu Hause gefühlt und war seine liebevoll drastische Art schon gewöhnt. So antwortete ich mit dem gleichen Wort und sagte, wie ich in diese sch gekommen sei. Nun tobte er erneut gegen die armen Soldaten los. Dann lud mich der starke Mann auf seine Schultern, Ich war ja nur noch ein Leichtgewicht und mit Drohungen und Flüchen gegen die Soldaten schleppte er mich in sein Auto. Los ging es in seine Wohnung. Dort legte er mich nicht, nein, er warf mich auf sein eigenes Bett, von dem seine beiden Katzen eiligst flüchteten, um aber nach kurzer Zeit wieder auf ihren Stammplatz zurückzukehren. Seinem Bediensteten gab er den Auftrag, ganz gleich, wer auch komme, niemanden hereinzulassen, bis er wieder zurück sei. Das grosse Tor wurde von innen verschlossen. Er fuhr weg. Es dauerte eine gute halbe Stunde, da war er wieder da, aber diesmal nicht allein. In seinem Auto brachte er ein grosses Schwein mit. Was hatte er denn damit vor? Von meinem Bett aus, das am Fenster stand, konnte ich das folgende Drama gut verfolgen. Der gute Pater war ein Bauernsohn von einem grossen Hof in Westfrankreich, wie er mir einmal erzählt hatte. Er kannte sich mit Schweinen aus. Doch dieses schien zu ahnen, was ihm blühte und rannte flink und behände im Hof herum. Der Pater im Habit hinter ihm her, ein grosses Messer in der Hand. Aber das Schwein war immer schneller. Ich dachte schon, dass die Jagd vergeblich sei. Da zog er sein Ordenskleid aus und stand in schönsten Unterhosen zur neuen Jagd bereit. Obwohl mir die Brust wehtat, schüttelte ich mich vor Lachen. Dann geschah es, das Schwein kroch unter das Auto, wo es so schnell nicht wieder herauskam. Er zog es zu sich hin und die Metzelei ging los. Das Blut spritzte und bald war nicht mehr zu unterscheiden, wer Opfer oder wer Metzger war. Der gute Pater war von oben bis unten rot. Aber er brachte nun fertig, was er als Junge gelernt hatte. Freilich sah es furchtbar aus, ihn so wirkend zu sehen. Doch nach einer Stunde hing das Schwein, fein ausgenommen und zerschnitten, an zwei Haken. Der Diener hatte inzwischen immer mit kraftvollen Flüchen durchgemischt, den Befehl erhalten, grosse Behälter mit heissem Wasser herbei zu schleppen. Das war natürlich nicht für den Pater, sondern für das Schwein bestimmt, dessen Innereien darin gewaschen wurden. Das dauerte noch einmal eine Stunde, während der ich vom Fenster aus interessiert und belustigt zuschaute. Dann endlich war es Zeit, dass er sich unter die Brause stellte, um wieder menschlich auszusehen. Nun schnitt er selbst zwei riesige Stücke Fleisch aus dem Schwein heraus, briht sie und brachte sie mir ans Bett mit dem Befehl, sie aufzuessen. Allerdings gebrauchte er statt des Wortes Essen ein gewöhnlicheres, das in der Hochsprache nicht üblich ist. Er behauptete, Fleisch sei besser als alle Medizin der Kurpfuscher, wie er die Ärzte betitelte. Inzwischen kam ein Auto vom Gefängnis mit drei Wachen, um mich abzuholen. Nun aber ging das Theater erst richtig los. Der Pater, als Offizier seit Jahrzehnten im Dienst, stand vor den Dreien und schrie so furchtbar, dass es mir im Bett sehr komisch vorkam. Ob sie noch bei Sinnen seien, ob sie nicht wüssten, wie man katholische Priester behandle. Und ich sei Franziskaner, den keine Armee aus seinem Haus herausholen könne, ehe er ganz gesund sei. Sie sollten sich schleunigst aus dem Staub machen. Er habe einen grossen Hund und, wenn es nötig wäre, auch eine Pistole. All das noch untermalt von neuen, mir unbekannten Verwünschungen und Flüchen, bis die armen Soldaten abzogen. Er lachte hinter ihnen her, dass ich aus seinem Haus nicht herauskäme. Und wie der aussieht, kann er ja sowieso nur kriechen. So war ich nun für drei Wochen in seinem Bett. Dreimal am Tag brachte er mir Wiesengottletts und sah darauf, dass ich nichts davon an die Katzen verfütterte, die bei dem leckeren Duft nicht von meinem Bett wichen. Die Arznei schien zu wirken. Nach drei Wochen dieser liebevollen, brüderlichen Fürsorge, dieses menschlich so rauen und dennoch von Herzen weichen Franziskaners, hatte ich mich ausgezeichnet erholt. Die heiligen Messen, die ich dort mit ihm feierte, werde ich nicht vergessen. Da war er wirklich ein Mann Gottes. In manchen prächtigen Gesprächen gab er mir vieles mit aus der Erfahrung eines langen Priesterlebens. Dann brachte er mich in das Gefängnis zurück. Aber welche Veränderung hatte es dort gegeben? Da stand in einem gereinigten Raum ein Bett, auf dem Boden ein Teppich, im Bett schöne Decken. Und, oh Wunder, eines Tages erschien die Einsiedlerin aus Kenifra. Wie hatte sie wohl erfahren, dass ich in Meknes war? Sie brachte eine riesige Decke, handgemacht aus herrlicher Schafwolle, dick wie mehrere Decken zusammen, warm und einfach zu schön. Es kamen auch andere Priester, um mich zu besuchen. Ich hatte mehr als genug zu essen. Einer der Patres schrieb meinen ganzen Vorgang, der mich hierher geführt hatte, auf und wollte diesen Brief in die Schweiz schicken, damit man in einem Schwesternkloster in meiner Angelegenheit bete. Freilich, das Urteil des Kriegsgerichtes lautete, wie mir Pater Bonaventura mitleidte, immer noch auf Erschiessen. Er habe dagegen Proteste eingelegt, aber noch keine Antwort erhalten. Er müsse nun für eine Woche verreisen. Nach seiner Rückkehr wolle er weiteres versuchen. Doch dazu kam es dann nicht mehr, denn am Nachmittag des 27. Februar 1946 kam ein französischer Offizier in meine Zelle, drei Soldaten bei sich. Er sagte mir, dass mein Urteil rechtskräftig sei. Die vielen Zeugenaussagen hätten das Gericht von meiner Schuld überzeugt. Am nächsten Morgen um drei Uhr finde die Exekution statt. Ich lag auf meinem Bett. Pater Bonaventura war abwesend. Ich konnte niemanden zu Hilfe rufen. Es waren noch einige Gefangene bei mir, als mir das mitgeteilt wurde. Sie beglückwünschten mich zu meiner schnellen Himmelfahrt, wie sich einer von ihnen ausdrückte. Es gab dabei ein grosses Gelächter. Der noch anwesende Offizier fragte mich, warum sie lachten. Ich sagte ihm, weil ich nun vor allen anderen schon in den Himmel darf. Er schaute mich skeptisch an. In den Himmel? Glauben Sie wirklich, in den Himmel? Ja, gewiss. Ich bin fest überzeugt, dass ich morgen früh dort sein werde. Die Franzosen sahen mich verwundert an und der Offizier fragte, Himmel, wie ist es denn da? Ich konnte mir nicht verkneifen zu sagen, dass ich leider noch nicht dort gewesen sei. Aber wenn er noch etwas Geduld habe, würde ich ihm, wenn er mir seine Adresse gäbe, von oben gerne eine schöne Ansichtskarte senden. Freilich fügte ich hinzu, nicht so schnell, erst wenn ich meine Zeit im Fegefeuer abgeleistet habe. Er schüttelte missbilligend den Kopf und war offensichtlich mit meiner Antwort nicht zufrieden. Denn er kam mehrmals am Nachmittag und immer mit der gleichen Frage, wie es im Himmel sei und ob es ihn wirklich gäbe. Langsam wurde er mir lästig. Am Abend bekam ich ein gutes Essen. Das war ein schlechtes Zeichen. Die Situation wurde doch sehr ernst. Morgens um 2.30 Uhr kamen vier Soldaten mit Fackeln in die Zelle, in der ich auf meinem Bett und meiner schönen weissen Decke lag. Der Offizier vom Vorabend war dabei. Er verlas mir noch einmal den Befehl zur Exekution und befahl mir, aufzustehen und mitzugehen. Da ich nicht die geringste Lust hatte, zu meiner eigenen Exekution aufzustehen und hinauszugehen, sagte ich, ich sei zu schwach, man müsse mich schon tragen. Da geschah etwas Unglaubliches. Der Offizier stutzte einen Augenblick, als ob er überlege. Dann drehte er sich zu den vier Soldaten um und gab mit fast wütender Stimme den Befehl, den Raum sofort zu verlassen, von aussen abzuschliessen und nicht zu wagen, die Tür zu öffnen, bevor er es ausdrücklich befehle. Die verdutzten Soldaten taten wie befohlen. Nun waren wir zwei allein. Eine Fackel in einen Ring gesteckt, erhellte den Raum dürftig. Jetzt kam er auf mich zu, den Säbel hatte er aus der Scheide gezogen. Ich dachte, er werde mich nun hier töten. Er legte die Schneide auf meine Kehle und fragte, sie gehen jetzt wirklich in den Himmel. Den scharfen, kalten Stahl auf meiner Haut spürend, wagte ich kaum zu atmen und sagte mit leiser Stimme, ich hoffe es ganz fest. Da aber geschah das Unerwartete. Er legte den Säbel zur Seite, schnallte sein Koppel ab, legte den Stahlhelm auf den Boden und klammerte meine Hände mit eisernem Griff und keuchte, Pater, ich möchte beichten. Ich war sprachlos, zuckte unter seinem harten Griff schmerzlich zusammen und dachte nur, der muss verrückt geworden sein. Er packte meine Arme noch fester, sodass ich vor Schmerz hätte schreien können und drängte, beichten, jetzt sofort. Ich entgegnete ihm, hier in Mecknes gibt es mehrere Priester, Franzosen, die für Sie zuständig sind. Nein, ich möchte bei Ihnen beichten. Warum denn, wo Sie mich nachher erschießen müssen? Gerade darum, weil Sie nachher in den Himmel gehen. Er bat unter Tränen um die Beichte, bei der er schon viele Jahre nicht mehr gewesen sei. Nun endlich habe er den Mut dazu. Was sollte ich machen? Ich nahm ihm die Beichte ab und gab ihm die Lossprechung. Er küßte meine Hände und sagte, er sei von meiner Unschuld überzeugt, aber der Befehl sei von höchster Stelle gekommen. Ich hatte noch zwei heilige Hostien bei mir, die ich gerade vor der Exekution zu nehmen gedachte. Ich sagte ihm, er könne mit mir kommunizieren. Er konnte sich kaum noch halten vor Weinen und bekannte, nun sei er endlich nach vielen Jahren im Frieden. Mittlerweile wurde es auch für mich, der ich gewiss nicht weich veranlagt bin, fast zu viel. Da hörte ich draussen lautes Gerede. Eiligst nahm der Offizier sein Koppel, steckte den Säbel in die Scheide und kaum, dass er den Stahlhelm aufsetzte, wurde die Tür geöffnet. Da draussen standen, wie ich im Hauptdunkel erkennen konnte, einige Offiziere, die aufgeregt mit ihm redeten. Ich konnte in meinem übermüdeten Zustand nicht gut verstehen, was sie mit überstürzter Eile sagten. Doch dann nahmen sie die Fackel aus dem Ring an der Wand, schlossen die Tür und liessen mich allein in meiner Zelle. Todmüde und erschöpft schlief ich ein. Nach ein paar Tagen kam der gute Pater Bonaventura freudestrahlend zu mir und erzählte, was alles passiert war. Aus Paris sei ein Anruf gekommen, dass der Papst beim französischen Botschafter Maritain in Rom die Beschwerde vorgebracht habe, warum man einen deutschen Soldaten töten wolle, den er selbst zur Priesterweihe empfohlen habe. Aufgrund dieses Anrufes aus Rom hatte das in Paris befindliche Büro für alle Gefangenen nach mir gesucht und mich gerade in der Nacht der Exekution ausfindig gemacht. Ohne die lange Beichte des Offiziers wäre es schon zu spät gewesen. Das Buch kann beim EOS Verlag gekauft werden. Das Bless Missionswerk ist zu 100% Spenden finanziert. Besuchen Sie unsere Website www.blessmissionswerk.ch um mehr über die vielfältigen Möglichkeiten zu erfahren, wie Sie uns unterstützen können. Sei es durch eine finanzielle Spende, Ihr Gebet oder Ihr persönliches Engagement. Wir danken Ihnen für Ihre Grosszügigkeit und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen, denn gemeinsam können wir Grosses bewirken.